Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Und warum muss ich den sowas schon nachtanken? Nachtanken? Die hatten auch Kroni Ton oder die haben nicht mehr. Oje. Zum Wohl. Danke. Unterhalte du mal zwei Minuten weiter, ich muss mal kurz blasen können. Dann haben wir bei den Fraktionen, habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also die Hälfte voll. Und jetzt braucht es noch ein bisschen bis ich weiter komme. Aber wahrscheinlich Romulaner sind auf gutem Wege. So wie die Marquis und die Kalashians. Was noch ein bisschen länger braucht, sind dann die letzten Bands. Dominion und Hirogen. Und die Ferengi-Traditionalisten. Genau. Brauchen wir auch noch ein bisschen. Okay. Also bei mir sind tatsächlich jetzt endlich mal die Augments durch. Nach fünf Wochen oder so, wie ich da auf ihn gespielt habe. Ja. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 durch. Mhm. Das nächste wären wahrscheinlich entweder die normalen Kartasianer oder die Ferengi-Traditionalisten. Warte mal. Die mit dem A, mit dem umgekehrten? Ja, warte, ich bin gerade im Warp. Ich kann sagen, Ferengi-Allianz. Okay. Mit diesem Käfer-ähnlichen Symboler, was es ist. Ja. Ja. Und danach. Entweder Terranisch oder KCA. Mhm. Der Rest ist noch so sehr weit zurück. Und am meisten, muss ich sagen, fliege ich eigentlich die Sektionen am liebsten. Auch wenn ich da schon voll bin, aber die haben halt immer die wichtigsten Items. Ironischerweise, ja. Und Augments. Die machen meistens Spaß. Wegen den ganzen Holodecks, die man da vor allen Dingen braucht. Naja. Aber naja. Und die Augments eben auch ganz gern. Das wäre echt schön, wenn die Sachen mal irgendwie vorkommen würden bei Events. Aber nein, bei Events ist es immer Föderation. Ach. Klingonen. Klingonen. Da hat man schon alles durch. Ja, da braucht man alles gar nicht mehr. So ein Scheiß. Gibt's uns mal Dominion oder so, da hab ich noch gar nichts gemacht. Ja, oder mal die 15. Rasse einführt die Borg oder so. Ja. Das wäre nett. Danke, dieser Raptor Beam. Grüße gehen raus. Mit 78 Antimaterie hab ich gerade noch so das nächste Dilemma hier erreicht. Ähm. So, was haben wir denn? Die ISS Enterprise hat ein nicht dringendes Notruf von der neutralen Zone bla bla bla. Ah, okay. Das ist das Ding. Ähm. Was machst du immer bei diesem Notruf von der neutralen Zone von den Romulanern? Überquerst du die neutralen Zone und versuchst dem Romulanischen Schiff zu helfen? Lässt du das, also fliegst du nicht hin, aber informierst andere Romulaner, die zur Hilfe eilen können? Oder ignorierst du's? Ich mach's mal so und mal so und mir kommt nicht vor, dass da großartig ein unterschiedlicher Effekt rauskommt. Achso, okay. Aber meistens assistiere ich ihnen. Echt? Okay, ich mach immer dieses, ich ruf die Romulaner an. Ja, aber ich möchte nicht, dass noch mehr Romulaner herkommen, also helfe ich dem einen Schiff und gute ist. Jaaa. Bloß nicht noch mehr Romulaner herschicken. Das Problem ist, du querst ja die Grenze und dann kommst du wieder an, mi 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 neutrali und so. Romulaner kommen doch immer an und mi mi mi. Jaaa. Also, besser ein Romulaner als zehn. Aber, ja, ich hab jetzt noch nicht wirklich einen Unterschied entdeckt, wenn man das oder das macht. Ja, weil manchmal gibt's 30 Ehre und Kronitonen und manchmal gibt's 70 Ehre und Kronitonen und manchmal auch 100. Mhm. Aber... Ich dachte, die Antwort ist immer die Top-Antwort und eine ist die so, hm. Und die letzte, mieseste Antwort ist, dann kriegst du ein Item. Das dachte ich auch, aber ich hab dann mal unterschiedliche Sachen bekommen. Also, dann nehm ich dieselben Antworten und krieg mal 50 Kronitonen und dann krieg ich wieder als nächstes nur 30 Kronitonen. Und dann ist es irgendwie wahllos, kommt mir vor. Leider. Das wär so ein bisschen Tiefgang, das wär ganz nett eigentlich. Könnte man ja mal aufnehmen für ein Info-Video. Ach komm, da ist es. Gab's eigentlich nochmal Reaktionen auf deine Mail da von letzter oder von letzter Woche? Wollte ich grad ansprechen. Ähm, eigentlich nicht. Okay. Eigentlich oder nicht? Naja, ich hab ihnen zwei Mails geschickt. Das eine war einfach nochmal unser Video. Nochmal reingepackt und geschickt und gesagt, hier guckt's mal. Ich hab damals kein Feedback bekommen. Vielleicht untergegangen oder was auch immer. Aber hier nochmal. Und nicht an die Marketing-Tante, sondern an der Support. Ich spiel's mal kurz auf deren Seite nach. Ach der schon wieder. Löschen. Und dann habe ich ihnen noch was. Oder so. Rüberruf zur IT. Wollt ihr den nicht in den Spam-Filter setzen? Kommt der immer noch durch mit seinen blöden Mails. Ja. Und dann habe ich ihnen noch was geschickt bezüglich einem Bug. Ja. Das habe ich auch in Discord reingepostet, wo ich dieser, da stand eine Mission, die man machen konnte. Und es war das falsche Truhen-Symbol. Das heißt, es hat so ausgeschaut, als könnte man diese Belohnung nur einmal abholen. Und man konnte sie aber warpen. Und das hat hinten und vorne nicht zusammengepasst. Weil, wenn es jetzt noch diese einfache Belohnung gibt, dann kann man ja nicht warpen. Weil ja dann eigentlich noch nicht alle Sterne vollfüllt sind. Ja. Und das ist halt ein Bug gewesen. Das habe ich denen geschickt mit Foto. Und dann haben gesagt, ja, habe ich jetzt ein paar Mal umsonst geworpt. Und bin dann drauf gekommen, dass das eigentlich gar nicht klappen kann wegen einem Symbol. Und dann haben sie zurückgeschrieben, hallo Captain, könnten sie uns mitteilen, um welches Item es sich genau handelt, plus Sternenzahl. Mit freundlichen Grüßen. Wollen sie es hier wieder wegnehmen, oder was? Wollen sie es hier wieder wegnehmen, oder was? Und habe dann geschrieben, hallo, leider ist ja keine Anzeige implementiert, um welches Item es sich handelt, das man craften möchte. Siehe auch folgenden Punkt aus meinem Video, Bugs und Verbesserungswünsche, habe ich das Ganze nochmal reinkopiert. Und habe geschrieben, deshalb habe ich auch in der letzten Minute einen Screenshot reingeschickt. Mit freundlichen Grüßen. Und dann haben sie nochmal geantwortet, vielen Dank für die Rückmeldung. Entschuldigen Sie bitte, da hat so ein kleines Missverständnis unsererseits gegeben. Sie beziehen sich auf die bunte Belohnungskiste, richtig? Also innerlich stelle ich mir so vor, in der letzten E-Mail, die du abgeschickt hast, es gibt doch diesen einen Trailer von, oder gibt es die Szene sogar in der Film selbst, weiß ich wann hier, Guardians of the Galaxy, wo er so ganz langsam künstlich den Mittelfinger anhebt. Ah, ja, das ist gut. Das bist du vielleicht nicht. Das ist gut. Den gab es ja auch im ersten Teil. Ja, ok. Ich glaube da, wo er ihm das Ding geklaut hat, oder? Dieses Audio-Gerät. Ja, kann sein. Ich kenne die Szene irgendwie aus dem Trailer, ich habe sie aber im Film gar nicht mehr in Erinnerung. Weil er macht das irgendwie so künstlich, als ob er quasi kopelt und dann kommt irgendwann dieser... Ich glaube, bevor er ihn aus der Luftscheläuse rauspfeffert oder so. Ja, mehr kann sein, ja. Ja, genau. So ähnlich. Lest doch bitte mal die Mails nochmal. Aber ich habe das so geil gefunden, ich hätte es mir echt nicht nehmen lassen. Siehe, Punkt so und so, aus folgendem Video, dass ich euch jetzt zum dritten Mal geschickt habe, ihr Wixer. Und ich werde nicht müde es zu schicken. Naja. Ich bin viel dazu. Wir geben nicht auf. Also ich hatte Spaß diese Woche. Oh man. Jo. Goodie. Ansonsten sind wir glaube ich durch. Ich schau grad. Ja. Welches Level hast du? 44. Okay. Also ein Level ab. Okay. Hast du weiter gemacht mit den Missionen? Okay. Was frage ich denn einen, der tausend Kollitonen hat? Lala, lala, lala. Na ja. Hast du eigentlich noch Urlaub, oder? Wann habe ich denn Urlaub? Ich hatte drei Tage vor Weihnachten hatte ich mal Urlaub. Hm. So zweieinhalb Wochen oder so. Okay. Und gerade im Krankenstand oder nicht? Ähm. Ähm. Also mehr oder weniger war es so, gestern fing es mit Halsschmerzen an am Nachmittag. Da dachte ich noch so, okay. Da dachte ich noch so, okay. Du kriegst ja vielleicht irgendwie wegkurriert. Und morgen war es dann so, dass ich schon völlig verschleimt war im Hals. Da dachte ich mir aber so, hm. Einen Freitag zum Arzt rennen, ey komm und das will ich mir auch nicht geben. Dann lieber in die Arbeit. Ich bin echt lieber ins Büro gegangen, also ganz ehrlich, Büro zehnmal lieber, als da drei Stunden oder was auch immer im Wartezimmer bei einem Arzt zu rocken, wo alle um dich bläh, 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 schnief, schnief, rötz, rötz, ja. Naja. Und bis du da einmal als Kassenpatient drangenommen wirst, ja, von der Schlachtbank gefühlt, äh, bist du wahrscheinlich mit zehnmal mehr Keim in Verbindung geraten. Und das zieht sich dann noch länger hin, ja, naja. Ich bin dann ins Büro gegangen und es ist jetzt... Dort aller gesteckt. Es wanderte im Prinzip den ganzen Tag über, ich bin jetzt... Deswegen, das war übrigens der Grund, weswegen ich gestern nicht aufnehmen wollte. Mhm. Weil gestern ging es von den Halsschmerzen her gar nicht. Heute sind die Halsschmerzen und dann kommt der Halsschleim komplett weg und ist komplett in Richtung Nase gewandert. Den ganzen Tag rüber habe ich es gemerkt, wie das so langsam... Langsam rüber wandert. Stopp! Stopp! Aber ganz ehrlich, ich habe es eigentlich in der Nase, habe ich es ehrlich gesagt, lieber zum Ausschnäuzen, als mit den Halsschmerzen. Hier jetzt bildlich vorstellen. Ja. Warte, ich mache mal den Soundeffekt. Mhm. Mhm. Lecker. Yummy. Ja. Gute Besserung. Ja, danke. Ich hoffe, es ist bald... Ja, das wäre es. Jetzt bist du gesund... Eigentlich bin ich nur nass im Gesicht. Mhm. ... ... ... ... ... ... Ich würde sagen, bedanken wir uns wieder für's Einschalten. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Schaut auch mal in der Flotte vorbei, da ist ein Platz mehr frei. ... 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 habe ich? Ja, von mir war 46. Echt? Echt? Ja. Oh. Jetzt kenn ich raus. Nee, der war sogar aktiv. Okay. Ja, ich habe jetzt mal bei Discord den Goldenwein angeschrieben. Vielleicht hört der es ja an dieser Stelle nochmal. Komm mal, wieder online, du bist schon weit, weit drüber. Ja, 33 Tage, ja. So wie der Toxic Fox. War der heute eigentlich im Livestream? Hm, nee. Der hat sich letztens mal, letzte Woche war er glaube ich da, weil er sich schon entschuldigt, dass er in letzter Zeit so wenig Zeit hat. Hm. Hm. Naja. Aber ich muss ja sagen, eigentlich witzig, dass Ken jetzt nochmal online war. Ich dachte, der darf das komplett auslaufen. Aber jetzt hat ihn eigentlich das gerettet, gegen das er ursprünglich war. Nämlich, dass wir mehr Zeit... Eigentlich wäre er schon seit Wochen raus. Ja. Er wäre schon seit zwei oder drei Wochen Geschichte. Tja. Jetzt mittlerweile muss ich sogar ehrlich gesagt sagen, ist es mir eigentlich ehrlich gesagt egal, ob die Leute jetzt auch 30 Tage oder noch länger weg sind. Weil, ja, im Prinzip muss man mal so sehen, wir hatten jetzt diesen Dezember plus Silvester, also komplett Feiertagsmodus, ne? Bei vielen Leuten. Ja. Das, was wir letzte Woche besprochen hatten, wo du eben gesagt hast, dass der viele kommen hat, jetzt gar nicht online, weil die halt auf Urlaub sind und so weiter. Und wie gesagt, abmelden wir nice, aber... Ja. Verlangen tun wir es ja auch nicht. Oder? Nee. Na gut, okay, wir schreiben Ausschluss bei 30 Tagen Inaktivität ohne Abmeldung. Ja. Ich weiß nicht, kennst du den Toxic Fox? Nö. Weil sonst würde ich den vielleicht mal rauskicken. Der hat sich halt nicht abgemeldet für 30 Tage. Ich Boni-Punkte. Gott, mein 33 kann bleiben. Den kennt du den Toxic Fox? Wenn ich rauskennen will. Vitamin B, geil. Wirkt auch hier. Ja, weiß ich nicht. Das ist halt ein langjähriger Abonnent von dir. Ja, von dir doch auch, oder nicht? Weiß ich gar nicht. Ach, dann hat dir nicht mal die auch schon viel geschrieben? Ich kann's schwören. Geil. Bei Stellaris dann, aber da warst du dann auch immer dabei. Das ist eher ein Anno-Fanboy. Grüße. Anno-Fanboy. Eheh. He. Äh. Ja. Na ja, können wir mal schauen, oder wir lassen. Weil jetzt Weihnachten ist, dass wir noch eine Woche rumgehen und kicken dann halt. Würde ich auch sagen. Guti. Ja, dann. Äh. Nutzt eure Chance. Kommt online. Der auch. Kommt in die Flotte. Kommt auf Discord. Link unter in der Videobeschreibung. Und dann. Müssten wir auch so so einen Banner einblenden irgendwie. Jetzt. Beste Chance. So wie es immer die Swapda Beam macht. Diesmal. Plus eine Woche länger offline bleiben. Ohne gekickt zu hören. Gab's noch nie. Nur einmalig. Beste Chance auf Flottenmitgliedschaft. Kostet nur 20 die Lithium. Oh hey, so könnten wir eigentlich auch an Geld kommen. Ja, ja. Das wär's. Ähm. Sternenbasis läuft auch ganz gut weiter. Ja. Was levelst du eigentlich lieber? PvP oder PvE? Nee. Hm? E. E. Okay. Also ich bin, wenn ich jetzt vorne schon nichts mehr hab, weil vorne entweder nur noch PvP ist oder nur noch Sachen, die mich interessieren, hab ich die letzten Wochen bei Ähm, Ops Stufe 3 ständig reingebuttert. Mhm. Mach ja auch jetzt noch mal weitere 700 von diesen komischen Legierungen hier rein. Ja. Mach auch lieber PvE. äh, PvE. Und ich glaub, es ist die ganze Flotte, weil ich schau immer, dass ich halt so beides vorstelle, dass man so beides leveln kann, aber das PvP dauert immer Ewigkeiten, bis das irgendwie gelevelt wird. Also was ich über PvP mache, ich versuch da mittlerweile nur diese komischen, wie heißen die jetzt, Nanopolymere mal loszuwerden. Ja. Schon wieder 3000 von. Das ist so, ich kriegst ja hinterher. Selbst als jemand, der kaum spielt, ja wie ich, der den Konyton hortet und kaum was macht, der kriegst die Dinger tausendfach innerhalb von einer Woche hinterhergebrochen, ey. Ja. Könnte sich auch gerne auch ein bisschen anpassen. Rollo im Mittag ein bisschen mehr. Stop the Beam, wenn du dies hören solltest. ÄNDERÄS! Verdammt, 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 verdammt! Bleibt im Ahnung ganz die Stimme weg. Mehrerlei Gründen. Na gut. Ja, ich glaub sonst sind wir wirklich durch. Voll durch. Das sowieso immer. Cooli, ja, dann, bis zum nächsten Mal, ne? Hummel, hummel. Most moll. Ciao! Oh, no.